Inoffizielle ESA-Außenstelle Erzgebirge. Großer Jubel bei der geglückten Landung von Astronaut Matthias Maurer. Auch wenn das bedeutet, dass Wilhelm, ihr Mann im Orbit, jetzt allein da oben die Stellung halten muss. Er hat noch eine kleine Mission zu erfüllen im All. Er tüftelt gerade an Hightech-Materialien, die er dort kennengelernt hat. Er hat eine Idee und die muss er erst noch verwirklichen. Wilhelm, der Weltraum-Nussknacker. Als Botschafter des Erzgebirges und als Vorhut von Matthias Maurer Mitte vergangenen Jahres zu den Sternen aufgebrochen, fühlt sich der gedrechselte Inbegriff erzgebirgischer Heimatverbundenheit in der Schwerelosigkeit längst wie ein Fisch im Wasser. Und macht nicht nur seinen Schöpfer mächtig stolz. Wilhelm heißt ja Wilhelm, weil er benannt ist nach meinem Urgroßvater Wilhelm Füchtner. Er hat ja um 1870 die ersten Nussknacker gebaut. Und ich weiß nicht, ob die damals sich überhaupt Gedanken über Weltall gemacht haben. Ich denke, er wäre sehr stolz, wenn er wüsste, dass ein Produkt, was er erfunden hat, der Nussknacker, der Erzgebirgische, im Weltall schwebt. Wenn er das wüsste, wäre er sicher stolz. Doch nicht nur dort oben können dank des kleinen Kerls große Visionen verwirklicht werden. Die Jungs, die hinter Wilhelm, dem Weltraum Nussknacker, stehen, haben bei einem Förderfonds der Staatsregierung mehrere Tausend Euro für ein weiteres Wilhelm-Projekt gewonnen. Ein kleines Internet-Sendestudio für die Botschaft aus dem Erzgebirge des 21. Jahrhunderts. Uns nervt es total, dass Sachsen und das Erzgebirge so dieser braune Fleck in Deutschland ist. Das ist aber nicht so. Wir wollen die Warnwerte der Erzgebirge, die Weltoffenheit und der Erfindergeist, das wollen wir echt mal rüberbringen. Eine Etage höher hingegen arbeiten sie noch an der Vergangenheit. Wir sind hier in einer alten Drechselerei. Die ist ungefähr um 1600 hier entstanden. Und jetzt haben wir den Putz abgehackt und sind zum Beispiel hier jetzt an eine Stelle gekommen, wo uns die Tiegel entgegengekommen sind und alte Balken drin, die auch schon teilweise morsch sind. Weiter weg von Raumfahrttechnik geht fast nicht. Und doch soll genau hier ein sogenannter Weltraum entstehen. Ein Begegnungsort für Kreative und Kunsthandwerker, wo Tradition gleichzeitig bewahrt und in die Zukunft geführt werden kann. Doch zunächst muss Wilhelm da oben seinen Job erledigt haben. Die Planung für das Willkommensfest zurückkehr jedenfalls läuft schon. Wo wir auch immer wieder überrascht sind, dass so ein Anteil genommen wird. Es ist schon Wahnsinn, was Wilhelm auslöst. Für Wilhelm ist es vielleicht ein kleiner Schritt, aber für das Erzgebirge ein ganz großer, dass er im Weltall uns vertreten kann und die Region auch irgendwo stärken kann. Es ist eine Geschichte wie aus dem erzgebirgischen Sagenschatz. Der Kleinste kann Großes erreichen, wenn er nur tapfer seinem Weg folgt. Wann Wilhelm jedoch genau zurückkehrt, steht im Moment noch in den Sternen. Der Kleinste kann großartig sein, wenn er nicht in den Sternen ist. Der Kleinste kann großartig sein. Der Kleinste kann großartig sein, wenn er nur noch damaged ist. Der Kleinste kann großartig sein.